Auf diesem PC, da läuft noch Windows 10 und im Jahr 2024 ist jetzt das letzte Jahr angebrochen, wo Microsoft Windows 10 noch unterstützt. Viele wollen umsteigen auf Linux, viele steigen um auf Windows 11 und einige wollen natürlich Windows 10 aber noch behalten bis zum letzten Tag. Microsoft möchte natürlich, dass möglichst viele umsteigen auf Windows 11 und zwängt vielen Nutzern eben ein Update auf beim Hochfahren. Da erscheint dann plötzlich ein Screen bei Windows 10, dass man sich Windows 11 runterladen soll und da ist es oft so, egal wo man da draufklickt, da lädt man sich dann Windows 11 runter und macht unfreiwillig ein Update von Windows 10 auf Windows 11. Das möchte man nicht und hier zeige ich mal in diesem Video, wie man das verhindert, wie man verhindert, dass Microsoft ein Windows 11 Update auf einem Windows 10 Rechner macht. Auf meinem Rechner, da ist Windows 10 noch installiert und auf diesem Rechner soll das auch so bleiben und dieser Rechner, der ist aber auch für Windows 11 geeignet. Ganz offiziell, der hat 16 GB RAM, 512 GB SSD habe ich hier mal runtergeladen. Die PC Integritätsprüfung von Microsoft kann ich einfach eben den Rechner testen und siehe da, dieser PC erfüllt die Anforderungen von Windows 11. Da ist alles dabei, da ist TPM 2.0 dabei, der Prozessor, der passt, RAM hat die richtige Größe und so weiter, Secure Boot unterstützt er auch. Trotzdem möchte ich, dass auf diesem Rechner Windows 10 weiterläuft, bis es nicht mehr geht und entscheide dann selber, ob ich danach Linux installieren möchte oder Windows 11. Viele kennen das bestimmt noch von Windows 7 früher, da kam Windows 10 raus und auf einmal hat der Rechner ein automatisches Update gemacht von Windows 7 auf Windows 10. Genauso gibt es auch von Windows 10 auf Windows 11. Das macht Microsoft schon seit ein, zwei Jahren und der Druck wird natürlich größer. Jetzt von Microsoft, Microsoft möchte auf jeden Fall mehr Windows 11 Installationen. Habe ich hier mal ein Video zugemacht, warum hat Windows 11 so einen geringen Marktanteil. Und oft ist es so, dass beim Hochfahren plötzlich angezeigt wird, installieren Sie Windows 11 und man kann gar nicht mehr dieses Fenster richtig wegklicken. Und kaum, dass man es sich versieht, hat man die Installation von Windows 11 gestartet und kommt da auch nicht mehr raus. Oft kriegt man auch hier bei den Windows 10 Updates eben das Windows 11 aufgenötigt. Da klickt man auf Update suchen und dann sucht der Updates und plötzlich steht da, Sie können Windows 11 installieren. Klickt man einmal aus Versehen falsch drauf, dann fängt die Installation an. Hier ist es auf diesem Rechner zum Glück bisher noch nicht so weit. Das ist immer ganz verschieden. Hier auf der rechten Seite, da wird sozusagen schon mal vorgewarnt, bereiten Sie sich auf Windows 11 vor. Wenn das bei euch steht, dann kann sein, dass hier auf der linken Seite irgendwann dann auch steht, Windows 11 Update ist verfügbar. Man klickt da einmal aus Versehen zu viel drauf und schon macht man ein Upgrade, ohne dass man das möchte. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick, wie man bei Windows 10 bleibt und diese Einblendung mit dem Upgrade auf Windows 11 unterdrückt. Und dass man auch gar nicht mehr nachgefragt wird, ob da das Upgrade installiert werden soll. Das geht über die Registrierung. Hier kann ich einfach den Registrierungs-Editor öffnen. Tippe ich unten Registrierung ein, kriege das hier vorgeschlagen, Registrierungs-Editor. Und da klicke ich drauf und kann den starten. Und da muss ich nur ein paar Einträge machen und schon ist der Spuk mit dem Windows 11 Update vorbei. Im Registrierungs-Editor geht man hier in diesem Pfad Computer, Haki, Local Machine, Software Policies, Microsoft Windows und dann hier hinten Windows Update. Und dieser Schlüssel, der ist hier zu finden, Windows und hier ist dann Windows Update. Kann sein bei eurer Installation, dass es eben hier diesen Schlüssel Windows Update nicht gibt. Dann einfach mit der rechten Maustaste auf Windows draufklicken, dann Neu, dann Neuen Schlüssel und dann hier Windows Update reinschreiben. Und dann Eingabe drücken, habe ich ja hier schon. Also ich brauche den nicht Neu anlegen. Wenn er bei euch fehlt, einfach Neu anlegen. Und jetzt bin ich hier im Registrierungs-Editor in dem Schlüssel Windows Update drin. Hier auf der linken Seite nochmal zu sehen, kann man sich jetzt halber nochmal draufklicken, damit man im richtigen Schlüssel drin ist. Und auf der rechten Seite steht natürlich hier nichts. Klicke ich mit der rechten Maustaste auf das freie Feld Neu und dann habe ich hier die Word 32 Bit. Und da klicke ich drauf und da kann ich jetzt hier einen neuen Namen erzeugen. Target Release Version. Drücke ich die Eingabetaste und da muss ich noch einen Wert zuordnen. Klicke ich zweimal drauf mit der Maus. Und diesem Namen weise ich den Wert 1 zu. Also aktivieren heißt das hier. Und ich brauche aber noch zwei andere Einträge. Bin ich wieder mit der Maustaste eben im freien weißen Bereich. Rechte Maustaste Neu. Und dann habe ich hier Zeichenfolge. Klicke ich diesmal drauf und hier schreibe ich rein als Namen Product Version, also Produkt Version. Drücke die Eingabetaste und da kann ich auch zweimal draufklicken. Und hier schreibe ich jetzt Windows 10 rein. Das kommt hier in das Feld Wert. Steht hier Windows 10, Windows, Windows groß geschrieben, dann 1 frei und dann 10 genauso, wie es hier zu sehen ist. Klicke ich auf OK. Und diese ganzen Einträge, die findet ihr auch unten eben als Link. In der YouTube Videobeschreibung braucht man jetzt hier nicht mitschreiben. Und einen Eintrag brauche ich noch. Und da klicke ich auch wieder auf Neu. Dann auch wieder auf Zeichenfolge. Der dritte und letzte Name, das ist Target Release Version Info. Drücke ich die Eingabetaste. Und ich möchte eben jetzt das Windows 10, das letzte Betriebssystem ist, was hier drauf läuft. Da brauche ich noch die genaue Versionsinfo. Das ist eben 22H2. Schreibe ich so hier rein. Drücke hier auf OK. Und jetzt habe ich eben das Update begrenzt, dass eben das Windows Update keine weiteren Updates runterlädt und installiert. Bis eben zu der Version Windows 10, 22H2. Das ist die, die hier auf diesem Rechner läuft. Also diese drei Einträge, die muss ich hier einfügen. Und das Ganze hier eben in den Schlüssel Windows, Windows Update. Warum jetzt hier 22H2? Ich gucke einfach mal hier bei der Info von diesem System. Das Windows 10 Professional habe ich eben installiert, ganz neu installiert für das Video. Und da wurde installiert von Microsoft eben die 22H2. Windows 10, 22H2. Das ist die letzte Version von Windows, die es geben wird. 23H2 hat es nie gegeben. 24H2 wird es nicht geben. Und auch 25H2 oder H1 wird es auch nicht geben. Also hier setze ich als Grenze Windows 10, 22H2. Wenn ihr einen alten PC habt, auf dem offiziell kein Windows 11 laufen soll, dann kann man es aber trotzdem installieren. Hier ein ganz neues Video aus dem Jahr 2024. Da kann man das installieren. Windows 11 auf alten PCs. Und das geht super einfach. Da braucht man keine Tools für, keine Skripte mehr. Blende ich hier oben ein. Schaut es euch einfach mal an. Findet ihr unten in der YouTube Videobeschreibung. Anders formuliert, wenn ich meinen Windows 10 Rechner jetzt hier neu starte und nochmal nach Updates suche, dann werden keine Updates runtergeladen. Weiter eben als Windows 10, 22H2. Und das ist ja nur noch Windows 11. Also hier auf diesem Rechner wird automatisch kein Windows 11 runtergeladen und installiert. Ich bin jetzt hier wieder in Windows Updates. Und man sieht schon eine Änderung. Einige Einstellungen werden von ihrer Organisation verwaltet. Das heißt, hier ist eben diese Update-Bremse jetzt eingebaut. Das sieht man sehr schön hier oben an dieser roten Einblendung. Und ich klicke mal auf Nach Updates suchen. Und wenn auch Windows 11 Updates verfügbar sind, wenn das Update hier installiert werden sollte von Seiten von Microsoft, das wird nicht passieren. Auf der rechten Seite sieht man auch hier ist diese Windows 11 Meldung verschwunden. Ihr Rechner ist bereit für Windows 11. Das ist auch weg. Dass das funktioniert hat, kann man hier oben auch nochmal nachlesen. Kriegt man es von Microsoft nochmal bestätigt. Windows Update. Dann konfigurierte Update-Richtlinien anzeigen. Einmal draufgeklickt. Fragen Sie sich, warum einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet angezeigt wird? Nein, frage ich mich persönlich jetzt gerade nicht. Habe ich ja selber gemacht. Beispiele und so weiter. Auf dem Gerät festgelegte Richtlinien. Dann habe ich hier die Ziel-Release-Version für Funktions-Updates. Ziel-Produkt-Version für Funktions-Updates ist ja auch. Schade, dass nicht angezeigt wird, was da richtig eingestellt ist. Oder nur, dass es eingestellt ist. Aber man sieht hier, es funktioniert. Wenn ihr mehrere Rechner habt, dann braucht ihr diese Änderungen nicht immer per Hand vorzunehmen, wie hier im Video zu sehen, sondern kann man diese Änderungen einfach einzeln exportieren. Klickt man mit der rechten Maustaste auf Windows Update hier auf der linken Seite drauf, kriegt dann das Menü angezeigt. Und hier gibt es den Punkt Exportieren. Klicke ich drauf und dann kann ich das jetzt hier aufs Desktop exportieren als Datei. Und das nenne ich einfach mal Stop Windows 11.rec. Wird automatisch benannt. Klicke ich auf Speichern und hier auf der linken Seite sieht man, dann ist es jetzt hier dazugekommen. Klicke ich mal mit der rechten Maustaste drauf, klicke mal auf Bearbeiten zum Überprüfen. Und siehe da, da habe ich jetzt hier im Editor alle meine Änderungen, die ich gemacht habe, habe ich hier Haki, Local Machine und so weiter, Windows Update. Und wenn man das einmal hat, dann kann man eben diese Datei mit der rechten Maustaste auf einem anderen Rechner zusammenführen. Rechte Maustaste hier drauf geklickt, hier oben dann zusammenführen. Und dann wird das auf einem neuen Rechner, wo diese Änderung noch nicht vorgenommen wurde, automatisch sozusagen installiert, automatisch eingespielt. Wenn ihr Windows 10 oder Windows 11 benutzt und euch immer ärgert, dass Windows nach Hause telefoniert, dass es immer irgendwelche Daten, Telemetriedaten an Microsoft schickt, vielleicht auch noch andere Daten und da und herum spioniert, dann schaut mal dieses Video, blende ich hier oben mal einen Link auch unten in der YouTube-Videobeschreibung, da sieht man dann, wie man eben dieses Nachhause-Telefonieren komplett deaktiviert, ohne Skripte, ohne Tools. Geht super einfach, geht auch über eine Datei, muss man nur ein paar Eintragungen machen, schaut euch das Video mal an. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt, Hinweise, Verbesserungsvorschläge oder Kommentare, schreibt es einfach unten in die YouTube-Kommentare, antworte ich gerne drauf, ist mit Sicherheit auch für andere interessant. Schreibt einfach mal rein, bleibt ihr bei Windows 10, solange es geht oder wechselt ihr zu Linux oder wechselt ihr zu Windows 11, so früh es geht. Einfach mal reinschreiben, interessiert mir sicher auch andere Zuschauer. Und besucht mal die Seite tooltime.de und die Seite tooltimepedia. Das ist die Seite tooltime.de, da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht, wie man seinen Drucker repariert oder wie man seinen Notebook auseinanderbaut und repariert und jede Menge Tipps und Tricks. Besucht da mal die Seite tooltimepedia, das ist diese hier. Tooltimepedia ist ein Hardwarearchiv und Softwarearchiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Grafikkarten, Grafikbeschleuniger, wie Mäuse, wie Software, Spielekonsolen, TK-Sachen, komplette PC-Systeme, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben. Untertitelung desimizi Fontes